Wo kommen Sie her? Aus Österreich, ganz aus dem Süden, aus der Steiermark. Das Gerät auch? Das Gerät auch, ja. Das ist, wir sind eigentlich die einzigste Firma in Europa, die dieses System anbietet. Wie schwer ist das Gerät? Einsatzgewicht hat es 65 Tonnen, so wie es jetzt hier steht. Das ist eine normale Servicearbeit, die muss man alle zwei Stunden tauschen, weil die werden heiß. Die werden so heiß, dass sie zum Brennen beginnen. Was ist das? Das sind normale Kunststoffscheiben mit Aluminiumscheiben gemischt, dass die Hitze bzw. die Energie, die die Energie, was vom Hammer kommt, nicht auf Metall, auf Metall kommt. Verwenden können, wie sie so lange, bis größere Stücke fehlen bzw. Stücke in sehr, sehr kleine Stücke zerfallen, wie man hier in der Ecke sieht. Die Baustelle der zukünftigen Blütentherme in Werderhavel sieht zur Zeit noch aus wie eine Mondlandschaft. Tiefe Grade durchfurchtend das gesamte Gelände. Schweres Gerät verfüllt die durch den Hammer ca. 1 Meter tief in die Erde gestampften Löcher und eine Rüttelwalze glättet das anschließend aufgefüllte wieder. Schweres Gerät. Spannende Das war's. Wie viele Tage wird das noch dauern? Circa 10 Arbeitstage. Wie schwer ist der Hammer, der da riecht? 9 Tonnen. 4 Tonnen. 5 Tonnen. 5 Tonnen. 10 Tonnen. 5 Tonnen. 5 Tonnen. Vielen Dank.